Musik Willkommen zurück zu Let's Play DC Standalone Wir sind hier noch im ATM, nein natürlich wird es im ATC gefangen Ja wir wollen hier kein Geld abheben Und hier ist noch der Pingu und Schnee Sin Ich vergesse immer den Namen, aber jetzt weiß es Ist mit uns hier Und wir müssen nochmal genau zusammenfassen, was in der letzten Folge passiert ist Wir haben hier zwei Hacker ausgeschaltet, die ja elendig am Boden liegen Da muss ich auch nochmal ganz ehrlich Mann ey Alter, er fragt mich doch nicht so Und wir wollten einfach mal zeigen, dass solche Spieler hier einfach wirklich nichts in DayZ zu suchen haben Die da Speed und Wallhacks benutzen Da hat der Matcher uns nochmal super Unterstützung geliefert Dann haben wir die Schnee Sin hier und den Pingu Und den Curry natürlich, Bronzel Matcher ist natürlich noch weiter entfernt Schließt aber gleich auf uns auf Wir wollen den Mörder des Snipers Badass Beziehungsweise nicht Badass des Snipers finden Ah ich hab seinen Namen nicht mehr Aber ich seh grad, dieser Alkan, also den wir umgebracht haben Der ist tatsächlich hier noch auf dem Server von diesem SKA-Club Der steht halt hier wieder vor dem Tower, pass mal auf Genau, da müssen wir halt aufpassen Wenn das so der Fall wär, würd ich den Atomausrasten aufgeben Wahrscheinlich wieder voll Equip, weißt du Ja So, dann macht euch mal alle ready Äh, ich brauch mal die Information Von wo, wo war der Sniper genau nochmal? Zusammenfassung Also, bei dem Prison da vorne, wo ich jetzt hingucke Wenn du da gerade auch rausläufst, ist da so ne Mauer Ja Und hinter dieser Mauer war mein Kollege Okay Also Matcher, wenn du aus Wenn du aus dem ATC rausläufst Matcher Ja Elf Uhr ungefähr Dann läufst du ja, sind ja das Prison, ne? Ja So, und dahinter ist ne Mauer Und dahinter, hinter der Mauer war der Typ War der Sniper oder war der Feind? Also der Kollege von denen Okay, der Kollege Genau, und da muss irgendwo der, der Killer sein auch So, den Hunger uns jetzt Okay, aber ich hab jetzt keine Sicht drauf Das heißt, ich müsste hier auch Okay, Leute, machen wir so, glaub ich Wieder Feierstation und dann von hinten ran, oder? Ja So, ihr, pass auf, der Plan ist Feierstation Was? Irgendeiner verstirrt hier Ja, ich bin das Alter, Dennis braucht was zu essen, oder so Keine Ahnung Ich kann auch nicht mehr rennen, hier, pass mal auf Oder Morphium, genau Nee, wir brauchen Dings, oder? Hier, äh Ich kann nicht mehr rennen, das ist irgendwie am Backen Ja, das ist Wer macht den Super Mario, ey? Ich weiß nicht, was das zur Hölle ist Bleib mal so, bleib mal so Nee, nee, du kriegst meinen Thumbnail Das ist der Froze-Modus Könnt ihr da irgendwas machen? Könnt ihr mich irgendwie verbinden, oder so? Das ist voll der Mega-Bug Ich hab keine Ahnung, ich kann... Ich hab Morphium gelegt Hingelegt Voll am Lassen, ey Das ist Lema Morphium Wie sehen wir das ausnahm rein? Wie lacht einfach über meine Behinderung, weißt du? Der schieß ich jetzt so Lacht einfach über meine Behinderung hier, guck mal, ich kann nichts dafür Das würde ich zu gern sehen, ey Und ne prima Ballerina Ja, Brotze, mach dein scheiß Bild, komm Ja, endlich Ja, endlich Und mein Flashback Ich will auch Guck mal zu mir rüber Wunderschön Sehr schöner Flamingo Ja, siehst du, das ist ne Frage des Trainings hier Abgeknallt Benutzt ihn mal im Tower Geh, geh, geh Hau mal rein im Tower Okay Dennis, hau mal einen raus jetzt hier Alter, nein Geh, geh mal her, geh mal her Ich will das mal raus Ja, wir waren Disco Ich bin alles weiß Doch, nee, das ist, das ist, wir sind Weiß Okay, dann guck mal eben beide weg, oder so Wir müssen das jetzt testen Ich glaub, das hilft nicht Damit ihr euch killen, oder was? Ja, ich wollt grad sagen, weißt du, was wer ist jetzt? Wir blenden uns an und die killen, oder so Aber nicht töten, ne? Ich schmeiß jetzt Okay Oh nein, Dennis Oh, ich hätte erst Anspin machen müssen Moonlight Bar Warte Alle schön reintucken, bitte Wenn das jetzt ne explosive Granate ist, ey Wend mich, du Sau Pass auf, jetzt Pass auf, ich mach das folgendermaßen Jetzt kommt's Komm Power Up Und jetzt Was machst du da, Alter? Oh Gott Bunkkeball, flieg LOL Oh mein Name Hast du was da? Ich seh alles weiß Bin ich etwa schon im Himmel? Wir sind im Himmel Jesus Pul shoulders Das ist nicht am Ende des Tunnels Das ist einfach nur das weiß Das ist einfach nur das weiß Langsam kommt's wieder Langsam Oh, ich kann wieder Ich kann wieder rennen Wie, du kannst wieder rennen Ja, der Gott hat dir gehelfen Ich kann wieder rennen Der Gott hat mir flu Die Wunderheilung Der Gott hat dir geholfen Der Gott hat mir gehelfen Jest was frei bewegen Gott hat dir getan Ich kann wieder rennen Ey, das war echt die Erlösung Guck mal Ich kann wieder rennen! Geht her! Ich kann wieder rennen! Ich kann wieder rennen! Geht her, ich kann wieder rennen! So, jetzt bin ich wieder da. Ich wurde gerade von Jesus aufgehoben vom Boden. Er hat mir geholfen. Und ich kann wieder laufen. Wer geht vor? Geronimo! Wo bist du denn, Major? Ich mach grad nen Bogen und bin gleich hinter den Hangar. Nein! Jetzt kann ich nicht mehr rennen! Oh mein Gott! Nein, es ging doch gar nicht! Ich muss die Waffe auseinnen. Warte mal, dann geht das. Ich guck mal kurz, wer das ist hier oder wer das war. Okay, okay, okay. Major, wo ist deine Position? Kann ich nicht. Ich bin da, wo ich gerade als Sniper lag. Da bin ich gerade. Wir haben einen Freeze, ey. Also wo die mich abgeschossen haben und ich wieder kam. Alter! Was ist das denn hier? Achso, der Curry. Ich mach grad also ne rechte Flanke. Mach nen Bogen rechts rum. Wer ist das hier? Wie, wer ist das hier? Ey, das ist der Bronze. Der hier! Alter, wieder hier rumglitscht. Ey, bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Pack mal die Waffe runter! Pack die Waffe runter! Pack die Waffe runter! Pack die Waffe runter, Alter! Pack die Waffe runter! Drei! Zwei! Eins! Los! Wer schießt mich, Mann? Leute, nicht auf den Typen mit nem roten Rucksack schießen! Das ist der Bronze! Knie dich mal hin, mein Guter! Ja, Leute! Super! Er hat den Bronze eingeschossen! Ernsthaft? Wer denn? Bleib hier Knie! Mach die Hände hoch! Es war, äh, hier Schneesien! Ergib dir mal mal Deckung, bitte! Hier! Verbindet mich mal! Ich hab keine Dings, man keine Wrecks! Ja, ich hab auch nix! Oh, Mann! Doch, hab ich was, was ich hab! Ich hab' mal hier festgenommen! Achso, komm her! Achso, komm her! Achso, ich hab' schon weiter mal! Du weißt, was das Elend an der ganzen Geschichte ist? Ich hab' leider keine Handschalen-Schlüssel, deswegen muss ich mich leider hier sitzen! Ich haue! Aber du hast schöne Sachen, mein Freund! Dann nehmen wir doch mal was mit hier! Boah, Alter! Was ist hier los? Hinterm Hangar ist einer! Hinterm Hangar ist einer! Hinterm Hangar ist einer! Hey, was passiert bei euch? Hinterm Hangar ist einer! 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 Hör auf dich zu bewegen! Hör auf dich zu bewegen! Hör auf dich zu bewegen! Ach, Dennis, komm her jetzt, Mann! Konzentration! Der ist doch eh gefesselt, Mann! Okay! Habt ihr den gefesselt, Mann? Was? Hinter welchem Hangar, Leute? Direkt im letzten hier! Bei der Fire Station! Okay! Dahinter ist der? Ja, irgendwo da hat er grad geschossen! So, Leute, mal unter uns! Der versucht sich jetzt natürlich da frei zu machen mit dem Handschellen! Das waren das Prestige Handschellen! Weiß es nicht! Wollen wir den? Wollen wir? Ich mein, wir müssen sicher gehen, ne? Oh, ne, Alter! Ihr könnt euch schwer an oder was? Nein, das ist nicht die Frau! Oh! Nein! Der Typ hier, ein Schwarzmann! Der macht mir jetzt natürlich Sorgen, ey! Ja, wollen wir die Waffen wegnehmen, zumindest? Ja, ja, klar! Aber der kann sich die auch gleich wiederholen, oder? Jetzt erstmal müssen wir gucken, dass wir den Typen hier kriegen, Leute! Wo ist der denn? Hinterm Hangar irgendwo, Leute! Hinterm Hangar! Alter, hier ist ein toder Typ! Oh Mensch, ja! Ja, da wo er erklärt hat halt! Okay, der Typ ist wieder aufgestanden! Warte mal! Der hat eine Waffe in der Hand! Der rennt weg! Der! Der Typ, den ich gefesselt hab! Hat die Waffen in der Hand! Wir müssen jetzt einfach so laufen lassen! Ey, ich hab's doch gesagt, ey! Das leitet uns grad voll aus der Hand hier! Der verschickt sich hinter der Fire Station! Vorsicht! Na klar gehörte der zu! Hinter der Fire Station! Wer ist das jetzt hier? Wer ist das, Mann? Hinter der Fire Station! Die mit der Sturmhaube! Die mit der Sturmhaube! Die mit der Sturmhaube ist die Frau! Oder das Mädchen! Ich bin auch fast hinter der Fire Station! Ich bin an der Mauer! An seinem Kollegen! Der ist hier vorne! Der ist jetzt an der Baracke hier entlang gelangen! Rechts! Dennis, rechts ist er gelaufen! Also da wo ich hinguck, ne? Ja, ja, ja! Okay Curry, ziel da drauf! Was ist hinter der Mauer los? Ist da irgendwas? Hinter der Mauer ist bis jetzt nix! Der versucht uns umgehen Curry! Hast du den laufen sehen? Ja, ja! Wo läuft der denn hin? Guck, 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 guck! Hier an der Mauer läuft der! Der ist da jetzt in diesen Karton da reingegangen hier, glaub ich! Wollen du, du musst dich auf den Typ fokussieren, der hinter dem Dings war! Ich bin auch fast da! Da liegt ein Toter da hinten, Alter! Oder ist ein Zombie? Ja, ja, ja! Der ist hier beim Gefängnis jetzt, Leute! Der ist jetzt beim Gefängnis hier! Ist der da drin? Warte, sag mich mal bitte der und so, Feind oder nicht Feind! Ja, der Feind wäre sonst! Ja, ihr habt euch doch mit Leuten verbündet, Mann! Woher soll ich das wissen, was bei euch abgeht? Ja, dann komm doch mal her jetzt zu uns! Hier liegt ne Leiche, das ist kein Zombie! Hallo? Hier liegen überall Leichen, Mann! Major, bist du das jetzt da hinter dem Stein? Nee, 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 nee! Bleib doch mal bitte ruhig! Ich bin in prison! Komm da raus! Hey, rennt weg, da rennt einer weg, Leute! Hier ist, hier sind, Alter, hier sind mehrere Leute! Nein, das bin ich, der ist hier! Vor mir ist einer, vor mir ist einer! Hinter dir ist einer, Curry! Vorsicht! Ach so, das Mädchen ist hier! Yo, 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 locker, bleib locker, komm her! Komm her, komm her! Curry, der ist, ähm... Ey, wir dürfen nicht durcheinander quasi, Leute! Der ist hinten im Wald, Curry! Ja, 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 Dennis und so sind in prison! Bleib mal ganz locker, komm her! Boah, ich hätt dich grad abgeschossen, ne? Boah, ich hätt dich grad abgeschossen, ne? Der ist jetzt hier hinter dem prison verschwunden, ne? Ich bin hier links neben dir! Ja, 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 ich hätt dich echt grad abgeschossen, ey! Da liegt noch ne Leiche dahinten, ne? Ja, hier liegen überall Leichen, Mann! Wir haben dich richtig ausgenommen, hier! Ich weiß nicht! Am Gefängnis soll einer sein, irgendwie! Am Gefängnis soll einer sein, irgendwie! Nein, das waren die, die wir vorhin, den wir feist genommen haben, der Götter dazu! Den hätten wir eigentlich töten müssen, Mann! Heiße, da waren wir, wurden wir wieder um den Bruder entwickelt! Ähm, kannst du mir, kannst du mir eine AKM von dir geben? Okay! Jetzt haben wir das, ach, AKM! Ach, AKM! Nochmal? Wie? Nochmal? Ja, wir dürfen uns das jetzt nicht aus der Hand geben, hier, ne? Ich krieg jetzt AKM, ne? Ja, Major, pass auf, das Ding ist... Major, äh, hinter... Wir sind, wir sind, wir haben vor uns ein Spieler und hinter uns ein Spieler. Wir müssen jetzt mal ein bisschen uns was einfallen lassen. Ne, hinter uns ist der Major. Ja, aber der ist doch auch der Typ, der am Hangar, der vorhin geschossen hat. Wo ist der? So, ich hab jetzt ne Nahkampfwaffe und kommt zu euch endlich! Ja, der ist ja auch noch irgendwo, und dann noch der schwarze. Major, äh, wir sind an nem Zaun, wenn du zum hinteren Prison wirst. Am Zaun, ja? Du wirst uns sehen schon, du wirst uns sehen. Wir sind auf diesem Bauhof. Also hinter der... Hinter der Mauer, oder was? Du siehst uns, guck mal, lauf mal weiter. Lauf einfach an dem... An der Mauer entlang, an der Mauer entlang, ne? Ja, wir sind an so nem Zaun, also wir stehen vorm Prison. Vorm hinter dem Prison, ich weiß nicht. Ja, der Feuerwehrwache, hinter der Feuerwehrwache, da siehst du uns. Ich bin auch hinter der Feuerwache, Leute. Ja, nicht hinter der Mauer, ne? Ja, okay, ich bin jetzt innerhalb der Mauer. Da, ja, genau, hinter, zurück, Major. Zurück? Genau, genau, geradeaus. Oh, da, okay. Hier, ich mach cool, nee. Komm mal mit, wir gehen zu Dennis und so. Ja, wo ist der Typ gerade hin? Ey, ich hätte die grad so abgeknallt und die rennt da einfach vor mir rum. Ja, ja, klar. Ja, richtig heftige Folge wieder bei DayZ. Wo seid ihr denn? Aber jetzt haben wir grad den Überblick verloren. Aber wir haben uns wieder... Erstmal sammeln jetzt hier. ...gefangen und alles ist gut, wir sind noch am Leben. Wir sind hier drin, oder was? Nee, da ist keiner drin. Da ist grad einer hier hinten weggerannt. Ja? Der hat sich von den Handstellen losgemacht, hat zwei Waffen. Alter, hier liegt einer, ne? Ja. Dieses Arschloch, also tut mir leid, das ist jetzt nur ein Spiel, nimm das nicht ernst, ne? Hat mich vorhin erschossen, Alter. Major, guck mal hier, guck mich mal an. Hinter dir. Hinter dir, Major. Stell dich um. Pass auf, du guckst mich grad an, ne? Bleib stehen. Ja. Wer bist du, Major? Mach mal kurz einfach eins. Okay, pass auf, guck mal hier. Was ist das? Wie krieg ich das weg? Der sich schrottlacht, weißt du? Sorry, was ist das denn, Alter? Ja, der ist ein Scheiße, Mann. Ich glaub aber, das ist bestimmt ne neue Funktion, oder? Na klar, ne neue Funktion. So, Leute, pass auf. Ähm, hier läuft ein Spieler rum, ja? Der hat sich von den Handstellen gelöst. Kann natürlich auch sein, dass er einfach abhaut, weil er überleben wollte. Hey, Dennis, du hörst dich ingame voll erwachsen an. Major. Wie ernsthaft, Mann? Leck mich, Major. Wo ist der Major? Wo ist der Major? Ich muss den Major töten. Nein, Mann, ich hör... Hallo, Leute, jetzt lass mal bitte, äh... Ja, jetzt gehen wir nach dem Züge gucken, oder? Wo ist der Spieler hin? Wo ist der Spieler hin? Wir müssen uns jetzt wirklich hier mal sammeln kurz, und dann nochmal hier durchbrechen. Ja, wir können jetzt nochmal... Ähm, ich bin dafür, dass wir nochmal das, äh, Airfield jetzt einmal kurz ablaufen. Ja? Ablaufen. Wirklich frontal drüber laufen. Was? Und... Hören wir zu. Ich meine, von Hangar zu Hangar und so. Ja, wie vorhin. Und dann machen wir das so, dass wir, ähm, dann den Rückzug machen. Wir hauen dann ab über den, über das Airfield. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Laufen von Hangar zu Hangar und machen uns dann auf den Weg, äh, weg. Ja? Okay. Also nochmal an euch hier. Wir laufen jetzt von Hangar zu Hangar. Ja? Und verziehen uns dann Richtung Airfield. Und haben dann hier Feierabend. Deswegen müssen wir uns hoffen, dass es klappt. Also zusammenarbeiten bitte. Und nicht den Bronzer abknallen. Danke. Ja, wer hat mich dann jetzt überhaupt abgeschlossen? Ja, das war, das war das Männchen gerade. Außer Sehen. Achso. Weil sie selbst nicht genau wusste, wer jetzt hier neu war und wer nicht, oder fremd, oder so. Wollen wir noch... Wollen wir noch... Jo, Alter. Wollen wir nochmal kurz zu der Leiche dort? Nee, lass die Leiche in Ruhe, Mensch. Da ist besser, komm. Wir sind so... Wir sind heute von so vielen Leichen umgeben hier. Ey, wir haben aber nur einen verloren, ne? Wir fehlen die Worte. Ich kann nicht rennen, ne? Ich kann nicht rennen, Leute. Das wisst du mal. Nur Leno bisher, ne? Also bisher schlagen wir uns eigentlich ganz gut, oder? Ja, haut ab. Musst du die Waffe wegpacken, wenn ich rennen will. Ey, ich kann ja nicht rennen. Achso. Ich mach den Freezy, man. Na dann mach den Freezy, man. Ich würde sagen, komm, lock dich mal neu ein, Alter. Ne, 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 ne. Warum? Das ist jetzt hier die letzte Folge. Da sind wir dann durch. Komm, das machen wir jetzt. Dennis spielt DC samt Handicap. Ja, besser geht's gar nicht. Und ich lege noch. Ich finde die, ich finde die Pop. Ich finde die, das ist extra eigentlich voll cool. Guck mal, ich lege meine Mosi in. Ich hole mal meinen Longscope wieder. Du findest das extra cool? Ja. Du bist ein Arschgewinch. Ja, aber du fühlst, du kannst dich jetzt fühlen wie im Mario. Weißt du, wenn du so hüpst, so... Du bist halt so Mario. Wollt, wollt irgendwas singen? Ich wollte eigentlich, äh, aufs Airfield, also übers Airfield von Hangar zu Hangar, ne. Ich dachte, die laufen grad hinter das, äh. Ach, drüben oder was? Also ich meine, äh, ich meine, äh. Über die Startbahn. Innerhalb. Innerhalb des Airfields. Hä, du willst übers Rollfeld rennen? Ja, Leute, komm. Also Dennis, Dennis will sterben, sagt der. Ne Wristlow fand ich immer Pussierig. Kommt ihr jetzt, Alter. Wir legen's jetzt drauf an, Mann. Was seid ihr für Pussies? Alter, was hat die denn dir gehabt? Irgendjemand schreit dir die ganze Zeit aus. Sehr, sehr komische Geräusche gemacht. Aber geil, dass wir den Cheater, also das war wirklich Gerechtigkeit. Alles zusammen, Leute. Can you feel the love of the night? Und jetzt pam 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 pam. Good night. Ach, König der Löwen, ey. Bester Film. Ja, bestes Musical auf jeden Fall. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Spaß. Wie klar das du denkst, weißt du, das war so klar. Und weiter. Wir sind Spieler in DayZ. Wir sind Spieler in DayZ. Wir wollen überleben wie die besten Gangster. Das muss ich schon reimen, ne? Kommt, und schiebst du uns doch ab. Okay, ich hab'n Lied, was wir singen können. Nein. Okay. Major? The Forest. The Forest. Ihr seid Wixer. The Forest. Ihr seid der eine Wixer. Ihr seid kleine Wixer. Klein, aber fein. Ja, Major, guck mal, wir werden ja drauf gehen, sagst du, ne? Wer läuft, wer läuft mit Leertaste? Also, der ganz vorne mit dem Geld. Warum machst du das? Mach mal einmal. Ja. Ich mach weg. Wupp. Äh, 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 voll der Cheater. Cheater. Erschießt ihn. Cheater. Ja. Ja, aber ich glaub, hier sind immer noch Leute, ne? Da sind hier Leute. Egal, wir machen unser Lied weiter. Wer hat jetzt vorsteht, wie ein neues Lied? Only time of night. Ja, haben wir only time of night. Komm. Wer kennt denn den Text? Ah, das war das Depri-Lied, Mann. Who can sing with me? Wiss. Wiss. Warte, ich google mal grad mit meinem Handy. Äh, ich guck gar nicht. Ich lauf einfach geradeaus, ja? Oh. Okay. Beschuss, Beschuss. Ja, ich könnt nix machen, wenn jetzt einer schießt, wie Curry, äh, 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 TTT, weißt du? Also, wenn er jetzt kommt, ne? Also, dann kann ich nix machen. Oh, ja. Renn weg, ne? Renn weg. Dennis, warte, ich begleite dich. Alter, Herr. Ja. Soll ich sie über die Straße begleiten? Okay, wo seid ihr? Okay, der, der Rentner muss mal eben mit der Straße. Dennis hat Bandscheiben vor, fall ganz langsam, ganz langsam, also vorsichtig, vorsichtig, Ah. Okay, Ruhe, Leute, jetzt alles ist am Bronzen. Dennis und Curry, drei, wir singen doch jetzt. Ja, aber du hast den Text ein wenig. Okay, drei, du musst vorsingen und wir singen nach. Okay. Drei, zwei, eins. Who can sing? Ja, ihr wartet doch nur. Okay. Who can sing? Hh, wei, there. Who, where the road goes, where the days flows, where the days flows… Oh, n shit baby… Drei, tern n shit. k die und krein zä keine ahnung Alter, renn ich ja allein jetzt grad? Ja da oben, wir müssen rechts hoch lalalalalalalalalala Alter, was ist das denn für ein Lied? I just wanna love you baby I just wanna love you baby And who can say if your love grows Love grows As your heart chose Only time Only time Last biggest battle I just wanna feel you And now Wiggle 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 Hey Leute wisst ihr was das krasse ist? Wir haben da's erste mal eine Channachefurge Ja man Wir haben doch bei der ganz ersten Operation-Folge waren wir auch ziemlich erfolgreich. Nein, wir haben niemals gewonnen. Das ist das erste Mal. Wir haben niemals gewonnen. Wir sind immer gestorben. Da wird immer scheiße. Sogar der Dennis war heute schon im Himmel und ist zurückgekommen, mann. Und danach konnte er wieder laufen für fünf Sekunden. Das war so ne Kurzzeitgenesung. Wie heißt die nochmal? Aber vielen Dank, dass du dich nicht abgeschossen hast. Ah ok, schieß ich jetzt ab. Les nochmal ihr Name. Weiß nicht, das kann ja noch werden, ne? Danke nochmal für die AKM, ne? Ok, der Dennis ist ja schon im siegten Himmel. Wir haben jetzt genau das, bis er das gemerkt hat, Alter. Das hab ich aus der ganze Zeit gehört. Aber ich fand das so ne geile Begleitmusik, so weißt du. Ok, warte, warte. Krieg's dafür gleich, ne? Ich mein's, ich mein's Trailer-Musik. Ich mein's Trailer-Musik. Ich mein's Trailer-Musik. Wie Trailer-Musik. Sie haben so lange gekämpft. Die Konzentration lag manchmal auf dem Po. Die Konzentration lag manchmal auf dem Po. Und jetzt. Mit Schnee sehen. Also man muss schon die Stimme hören, ne? So. Okay, ich mein's, ich mein's die Trailer-Musik. Ich mein's die Trailer-Musik. Und wir müssen jetzt voll richtig geil situationsbedingt darüber sprechen. Ok, aber ich will noch was sagen, ja? Ok. Alter, wir haben noch nie so rumgespackt wie jetzt in der Folge. Ja egal, sei ruhig. Darf doch einmal sein. Wir freuen uns gerade. Ah, ok. Drei, zwei, eins. Tot. Ich kann das besser, denn es passt mal auf. Warte, die Pe. Ich muss erst ein bisschen einspielen. Ne, komm, ich mach das hier. Alter, da blut mir die Ohren, ey. Ok, ok. Ey, guck mal da hinten, guck mal da hinten. Seht ihr die Lagerfeu... Da hinten die Städtchen... Ja, die Städtchen... Pupphaus. Wir brauchen unser Siegeslagerfeuer. Das was? Wollt jemand Easter Egg bei der Sie sehen? Easter Egg? Wenn das kein Sheet ist. Ja, es gibt einen Easter Egg. Wenn wir dadurch nicht sterben, gerne. Wenn das ein Glitch ist, kriegst ein Headshot. Ne, 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 ne. Ist das so groß wie ein Ei? Also eine Kanate? Eine Truppe. Auf dem Weg. Zum ersten Easter Egg. Auf dem Weg. Wir haben so lange gekämpft. Das Sie, es war ein langer Weg. Ein eckiges Ei. Eckiges Ei. Und das Pfannekuchenstückchen Gesicht kam geflogen. Wie ein kleines Twix. Aber warum ist das Ei? Wollert über die Rollbahn. Oh. Das war der Major. Und das war ein Schuss. Der Major wird gleich sterben. Wir werden den Major auf dem Plupps-Clo einsperren. Wir laufen durch diese wunderschöne Graswiese. Eine Möwe. Und wir versuchen den Easter Egg zu finden. Okay, jetzt komm ich. Leute, guck mal. Nein, Bonz, hör doch mal auf mit deiner komischen Fresse. Hör doch mal zu, Alter. Hör doch mal zu, ich muss immer einsetzen, wenn das kommt. Okay, pass auf. Was machen wir denn dann? Was müssen wir machen? Einmal immer. Da müssen wir mitmachen. Okay. Okay. Ich mach das einmal vor. Pass auf. Eine Truppe hat sich versammelt, um das heilige Eck zu finden. ein ein Easter Egg in Daisy werden sie es finden oder kommt on air Glorio Entschuldigung, ja? Also ihr müsst da auf den Formen, es ist wirklich keine Frage. Du siehst voll wie so ein Terrorist aus, Terroristen. Dann geht doch mal vor. Und was passiert dann? Hobby Terrorist. Ihr müsst mit E oder Q da reingucken und dann ist dein Easter Egg. Du verarsch mich doch. Ach stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Doch, das ist echt so. Dann geht doch mal vor bei uns. Ok, ok, ich geh jetzt hoch, wenn ich sterbe, dann bist du für meinen Tod verantwortlich. Recht mich, Freunde. Ok, wir gehen jetzt alle hoch und glitschen uns dann einfach runter. Ja. Es war schön mit euch, Freunde, diesen Weg zu gehen, doch jetzt will ich hoch hinaus. Ich bin fast an mein Ziel angelangt. Komm, du bist auch mit da hoch. Komm, ab da hoch. Ein paar Meter noch. Guck mal nach unten, man. Guck mal nach unten, Alter. Ja, nein, nicht nach unten gucken. Oh Gott. Ich habe Angst. Alter, wir passen da gar nicht alle drauf. Oh Gott. Und jetzt? Ich sehe es, Mann, ich sehe es. Jetzt ist die große Frage. Werden wir reviven? Loll, Alter, was ist das denn? Das ist ein Easter Egg, Mann. Ja, was ist das? Ich habe es eben gesehen. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Wie kann ich es sehen? Hat er einen Joint im Mund? Ich stehe hier mitten in der Luft. Ja, komm, jetzt guck mal. Mach mal E hier, direkt am Rand. Guck mal, in den Tod. Was ist das denn? Schornstein. Guck mal. Der Bad Santa, Alter. Der Bad Santa, Alter. Schlecht, Mann. Schlecht, Mann. Bei mir passiert nichts. Wie macht ihr das? Du musst einfach reingucken in den Schornstein. Mit Kuh? Da ist ein Weihnachtsmann, der zieht sich dann durch. Hä? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Nein, da unten in dem Schornstein. Du musst von oben reingucken. Geht nicht. Doch, du musst mit Kuh und E. Du musst nach unten auf dem Boden gucken. Ja, genau. Warte mal, ich glaube. Wie du den Zombie nicht getroffen hast. Okay, ich mach Kuh und E. Passiert aber nichts. Wie du wieder nicht getroffen hast. Oh, Dennis. Oh, Dennis. Oh, Dennis. Warum kannst du nicht mal treffen? Oh, Dennis. Oh, Dennis. Oh, Dennis. Warum schießen? Ach so, okay. Ja, ich seh's. Das ist mein Herz, Mann. Die Erleuchtung. Die Challenge ist, jetzt wieder runterzukommen. Ja, okay. Ohne dass einer stört. Ich geh vor. Ich geh vor. Ich geh vor. Ein Kletter, Max. Ein Kletter, Max. Sehr gerne klettert. Alter, wie geil ist denn die Aussicht hier oben, Alter? Alter, voll krass. Alter, warte doch mal, wer ist das? Alter, warte doch mal. Wer ist das? Ich guck dir meinen Arsch. Wer ist das, Alter? Na, riecht's gut? Twiler! Alter! Ja, genau. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Jetzt wieder. Jetzt. Jetzt. Ja, ich mach noch ein paar Fotos. Hat der's gehört, Alter? Ja, war ein Furz von Kevin wieder. Nein, das war einfach meine Stimme. Ja, ja, Kevin. Kevin hat seinen Arsch nicht unter Kontrolle. Der steuert sich fern. Alter, was hast du? Nein! Alter, der hat den Elektro-Dildo in der Hand. Was für'n Dildo? Da, pass auf, pass auf! Ist das ein Spieler, oder was? Dann ist mir weg, ey! Ja, dann kannst du gar nichts machen. Klar, du kannst an der Batterie anmachen und jemanden schocken. Kommt mal mit, kommt mal mit! Was wir ja immer noch nicht ausprobiert haben. Was mal zu der Military Base, oder? Weißt du mal, wenn ihr wartet? Nein, wir gehen jetzt. Kommt mal mit, Leute. Wir machen jetzt ja das Abschlusslagerfeuer für diese Folge. Und dann töten wir uns alle gegenseitig. Ein schönes Lagerfeuer, schön. Für die nächste Folge, denn da brauchen... Nee, wir töten uns gegenseitig. Ja, wir brauchen... Du weißt ja, was wir für die nächste Folge brauchen, Major. Ja. Achso, ein neuer Hinweis. Alter, man kann's ja verraten. Wir wollen Survival Gaming machen, und zwar nicht gegen Spieler... Voll der, voll der krasse Scheiß. Aber dafür braucht man doch nicht, dafür braucht man sich doch nicht töten, ey. Doch, 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 das gehört dazu. Guck mal, die neuen Fahrzeuge, die sollen doch so aussehen, wie dieser Truck hier. Ja, ja, genau, nur halt den Ganzen. Und zwar darf die Dame uns alle erschießen gleich. Ja, ja. Dennis, was soll denn der Kack? Ja, das ist, wir Major... Also pass auf, ich erklär, was wir vorhaben. Wir wollen das so machen, dass wir Player vs. Environment machen. Ja. Dass wir, ähm, unsere Truppe sich nur mit den Nötigsten ausrüstet, damit Pfeil im Bogen und, äh, Tiere jagen geht und so weiter. Und dann einen Haus sucht, wo man dann wohnt und praktisch seine Nahrung hat, und dann setzt man sich abends da zusammen, muss Fleisch essen, so, muss ein Dunkleit losziehen. Natürlich nur mit dem Nötigsten. Man soll nicht so aussehen, wie wir jetzt aussehen. Wir sehen ja aus wie so Soldaten aus der Ukraine. Nein, wir sollen ja eher aussehen wie, wie Leute, die einfach überleben, weil die Zombie-Apokalypse kam. Ja, ich hab die Sachen gefunden. Was? Ja, ich hab Survival gemacht und hab die Sachen gefunden. Na und? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Major wird als erstes scherben. Ja, Dennis, da hast du's jetzt, ne? Zwickmühle. Wo ist der Major denn? Ey, wir haben noch eine Rechnung offen, Dennis, ne? Du weißt, ne? Ja, ich hab mit Dennis auch noch eine Rechnung offen. Ich kann ihn nochmal erschießen. Nein, Dennis, hör auf. Ich erschieße Dennis jetzt. Ne, aber der Dennis hat einmal der Forrest abgespielt und das hab ich ihn nie zurückzahlen können. Alter! Deine Beine bricht man so, ja? Loll! Du hast hier die Beine gebrochen. Ich mach dich wieder ganz. Ich bring dich wieder ganz. Wie er hier den Twister-Pfeil macht, weißt du? Linker Fuß auf Rot. Alter, du sollst mich nicht abhängen. Linker Fuß auf Gelb. Ich brech dir die Beine, du Arsch, Alter. Warte, jetzt die letzte Chance. Teebeutel. Zombie, Mann! Zombie! Zombie, Hilfe! Oh, ich sterbe! Ja, man darf immer nach der Folge eskalieren. Danke, Major, dass du mir die Beine gebrochen hast. Jetzt bewege ich mich auch noch. Ich mach das jetzt auch, Major. Bist du dumm? Alter, bist du dumm? Ich hab dir auch die Beine gebrochen. Ja, ich bin erkannt. Das ist toll. Ich war schon angeschlagen, du Bastard. Nimm, nimm meinen Salin weg. Nimm meinen Salin weg und nimm. Nimm meinen Salin weg und bandagier mich. Ich hab doch noch eins. Ja, du musst mich erst bandagieren. Bitte schnell. Ja, du musst ihn ganz schnell bandagieren, bevor er stirbt. Wie sie wieder ausrasten. Alter, knallt der mich ab, ey. Ne, ich hab das dir Beine geschossen. Warte, ey, Leute, Leute, nicht bewegen. Was denn? Ich kann, ich kann... Ich will mich doch gar nicht. Mach jetzt. Ja, muss schon nachladen, du Spacko, Alter. Alter, bandagiert mich jetzt eben. Ja, bandagier doch mal bitte. Wer jetzt nachlädt, weißt du? Ja, toll. Du hast mich verbluten. Wie hier, du tötest mich, Dennis, das wär so mies, Alter. Guck mal, Leute, was ist denn dieses Resus-Syate? Ja, ja, komm, ey, Dennis, du bist so... Lass dich hin, äh, Bronzer Curry. Ne, du kannst dich mal. Ist das jetzt euer Ernst? Hast du angefangen, mich zu bandagieren? Hab ich. Ich hab dich bandagiert. Na, danke, ey. Na, dich liegt wie so ein Furz auf dem Boden, Alter. Ich kann mir nicht liegen. Du bist Salinbeck, oder was? Ja, jetzt ein Salinbeck. Ach, Leute. Ihr seid mir so Köppe. Ich bin... Hast du nicht mal aufstehen und laufen? Nee. Der Major, das alte Schwein, hat mich angeschossen. Ähm. Willst du etwa einen Splendid haben, Dennis? Ja, du bist gar nicht tot. Ja, warte. So, Salinbeck hast du gekriegt. So, jetzt hier. Ja, ja. Ruhig dich, Major. Ja, Major, jetzt mach mir mal wieder meine Beine... Warte mal. Bei mir ist alles grau. Ich hab schon, ich hab schon. Schlesien. So, Dennis, mein Freund. Warte, 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 warte. Ich brauch auch. Pass auf. Hier, Major kriegt keinen Stick. Wie? Warum denn nicht? Einfach nur so. Guck mal, der zieht auf dich. Wo bist du denn? Major, nee, nee. Weh auf, Dennis. Major, wir müssen beide uns den Curry jetzt holen. Ja, ihr könnt nicht mal. Nein, Mann, mach mich doch mal wieder ganz und mach keine Chance. Mach mich wieder ganz. Ups. Schau ab. Tschüss. Was ist dann? Nein, ich schieß dich doch nicht an, Mann. Alter, ist doch gut. Hier sind wir auch meine eigenen Leute. Ey, was sind das denn für ein Spiel? Ah, Curry. Ja, ja. Heute noch, Alter? Geh weg. Ja, das funzt grad nicht so. Warte mal eben. Lies die Schweine, wie die mich abgeschossen haben, ne? Ja, das sind Freunde. Kann's doch passieren, ey. Das ist. Geh weg. So, Bronze macht heute mal Sanitäter. Deinem. Ups. Ah, der häupt nochmal. So, jetzt jag den Curry. Alter, der schießt auf mich. Dennis, bist du doof? Alter, hör auf. Schieß dir nicht ab, Alter. Ich schieß doch nicht ab. Ich hab da extra daneben geschossen. Haben wir doch gesehen. Du kannst einfach nur nicht zielen. Ja, komm her. Ich zeig's dir, was ich zielen kann. Nein, 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 nein. Ja, zeig mal Major. Der hat noch was gut. Oder... Warte. Boah, Major. Du kleiner Bilbo. Bevor hier wirklich alles eskaliert. Dahinten kommt nur ein Zombie. Ey, da ist ein Spieler. Wo? Guck mal da vorne. Ohne Witz jetzt. Guck mal hier. Ja. Hier sind zwei Spieler. Ey, yo, Mann. Was geht denn hier ab, ey, Dicker? Hallo. Hast du ihn jetzt angeschossen? Wer schießt denn hier? Zombie, Zombie. Hallo, wie geht's euch? Was geht mit deinem Baseballschläger denn hier ab? So, beide Jungs. Gniet euch mal hin, bitte. Gniet euch mal bitte hin. Gniet euch mal bitte hin. Hinknien, Hände hoch. Hinknien und Hände hoch. Hinknien und Hände hoch. Hinknien und Hände hoch. Ey, Motorradhelm. Hallo. Der haut ab, Mann. Warum haut der ab? Okay, pass auf, du hier. Wenn dein Kollege nicht wiederkommt, bist du tot. Drei. Wir machen nix. Wir machen nix, hallo. Warum haust du ab, Leute? Nein, Mann. Wir machen das nur gegenseitig aus Spaß. Komm her. Der soll herkommen. Der soll herkommen. Wir machen nix. Was machst du denn, Mann? Das ist falsch bei dir. Alter, was machst du? Wir werben dein Freund. Lol. Der Mensch hat flippt aus. Wenn du nicht rauskommst, dann wird er den erschossen. Ich hab den getötet. Was? Warum? Ey, jetzt nimm deine Waffe. Steck die weg, Alter. Oder du bist tot. Hä? Ich dachte, du hast den getötet. Ja, der ist wieder aufgestanden. Und der ist tot. Und der ist tot. Ja, er wollte, er wollte, er hat gesagt, ihr habt den gerade schon getötet oder sowas. Der kommt nicht wieder. Das erkennen wir erst als paar Minuten. Ja, so, der gehörte gar nicht zu. Ja, er hat die Waffe gezogen und das abgehauen. Ich hab mal kurz einen Username bitte, Major. Was hat der denn gesagt? Wieso denn? Wer war denn das? Der meinte, ihr habt das gerade schon gemacht oder so. Meinte ja, keine Ahnung, was er meinte. Ja. So, mein Freund. Du bist jetzt bei der Rebellion angekommen. Mallow, das ist Mallow. Ja. Wir werden dir den Baseballschläger quer in deiner Analfalte reindrücken und wieder aus dem Mund rausziehen. Schmatzig, spratzig. Das wird ein Spaß. Wie und was bietest du an, damit wir dich am Leben lassen? Warte, einmal lüften. Ah nein, ich hab ne Idee, was wir mit dem machen wollen. Ich hab eine Idee, was wir mit dem machen und das seht ihr in der nächsten Folge. Hehehe. Bis dahin, liebe Freunde. Ich bin richtig, richtig gut. Du bist sehr wärmlich. Aber nicht zu fies sein. Tschüss. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. Huang. Wie voll. Tschüss. Und wie viel Ärger,ảo Horst auf Sie und einem